Hallo, mein Name ist Christian Feneberg von der Contao Akademie und in diesem kurzen Video möchte ich dir zeigen, wie wir Erweiterungen in Contao schnell deaktivieren können. Wann macht so etwas Sinn? Nehmen wir an, wir haben eine Erweiterung, die uns Probleme bereitet und wir kommen einfach nicht mehr ins Backend. Ich werde das Ganze jetzt einfach mal kurz simulieren, das heißt, ich habe hier jetzt eine Erweiterung absichtlich manipuliert, gehe jetzt eben auf die Systemwartung, baue den internen Cache neu auf oder leere den internen Cache und es passiert folgendes, ich komme nicht mehr ins Backend, weil eben dieses fehlerhafte oder diese fehlerhafte Erweiterung alles hier blockiert. Und in dem Fall muss ich jetzt eben über ein FTP-Programm oder über einen Editor gehen, der FTP-Zugriff hat. In dem Fall gehe ich jetzt auf den Server, wo ich diese Installation habe, verbinde mich mit diesen und wechsel dann bei meiner Installation in den Unterordner System und eben Modules. Und in diesem Module-Ordner finden wir jetzt unsere ganzen Module. Und jetzt müssen wir eben das Modul herausfinden, wo wir Probleme haben. Manchmal ist das nicht so einfach, das heißt, wir müssen das bei mehreren Modulen machen. In dem Fall weiß ich, dass ich meinen Fehler beim Notification Center eingebaut habe. Das heißt, ich wechsle jetzt in dieses Verzeichnis und muss hier jetzt eine neue Datei erstellen. Und zwar lautet die Datei Punkt Skip. Ohne Dateiendung, ohne alles und ohne Inhalt. Das heißt, ich klicke jetzt hier rechtsklick, sage neue Datei erstellen, nenne sie eben jetzt genauso, also Punkt Skip und lege die Datei an. Nachdem dieser Prozess abgeschlossen ist, habe ich jetzt eben diese Erweiterung speziell deaktiviert. Das heißt, wenn ich jetzt wieder ins Backend gehe und mein Backend neu lade, dann funktioniert das Ganze auch wieder, aber eben die Erweiterung ist deaktiviert. Wenn mein Backend noch funktioniert, kann ich auch Erweiterung deaktivieren, ohne dass ich einen FTP-Zugriff brauche. Das heißt, wir wechseln hier dann in den Bereich Einstellungen und wechseln dann in den Bereich inaktive Erweiterungen. Wir sehen hier schon, dieses Benachrichtigungscenter, also mein Notification Center, wurde durch den Haken eben jetzt deaktiviert. Wenn ich diesen Haken jetzt wieder entferne, bedeutet das, dass diese Erweiterung wieder aktiviert wird. Ich habe also jetzt den Fehler bei meinem Notification Center behoben und kann jetzt eben dieses wieder aktivieren. Sagt dann speichern und schließen. Wir sehen, das Backend funktioniert wieder und auf der File-Ebene passiert nichts anderes, als dass diese Punkt Skip-Datei wieder gelöscht wird. Das heißt, wenn ich hier jetzt aktualisieren mache, sehen wir, dass diese Skip-Datei wieder weg ist. Noch ein kleiner Tipp für Windows-User. Bei Windows haben wir das Problem, dass wir eine Punkt Skip-Datei nicht anlegen können, weil unser System das nicht akzeptiert. Hier müssen wir auch, wenn unsere Installation sich lokal befindet, über ein FTP-Programm geben und uns quasi selbst auf unsere eigene Installation verbinden. Wenn du einen besseren Weg weißt, dann melde dich einfach. Ansonsten nutze eben ein FTP-Programm und lege hier diese Punkt Skip-Datei an. Ich hoffe, dir hat dieses kurze Video gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir jetzt auf YouTube einen Daumen nach oben gibst. Damit du kein Video mehr verpasst, abonniere am besten gleich auch noch den Kanal der Contao-Academy. Dazu einfach unterhalb des Videos jetzt den Button drücken. Weitere Videos und Tutorials zu Contao findest du auch auf unserer offiziellen Website contao-academy.de und ich würde mich sehr interessieren, wenn du mir jetzt auf der Videobeschreibst,